Also Aldi sieht doch viel schöner aus. Nein, Aldi Nord ist viel geiler. Ich find Aldi sieht so komisch aus, Bruder, das hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Farben. Aldi Nord sieht aus wie so Schlecker von vor 30 Jahren. Ja, echt? Dankeschön! Nein, Aldi sieht so aus, als hätte das so ein Dreijähriger designt. Du siehst aus, Bruder, als hätte ich ein Dreijähriger designt. Was? Digga! Weißt du was, Heiko? Es ist spät genug, leck meine Eier! Boah! Boah! Ne, Aldi Süd ist auch viel dynamischer so. Ne, ich find so Aldi Nord wirklich so standhaft, ich bin da! Also ich mag Kaufland am meisten. Gut, aber Kaufland. Leute, checkt mein Kaufland auch aus. Hast du ne Koop mit Kaufland? Und...